Das ist ein Seitentuch mit allen Farben des Regenbogens. Wann hast du das letzte Mal einen Regenbogen gesehen, dich als einen Regenbogen wahrgenommen? Bist du, wenn es um Sachen Kleidung geht, mehr der Typ schwarz, im Sinne, ich falle dann nicht auf? Oder kommst du aus der Zone raus, auch als Mann, siehst dir nicht nur Jeans an, sondern farbige Kleidung? Vielleicht, wenn wir über die Farben sinnieren, und übrigens mein Bruder, der behindert ist, mehrfach und blind, der kann riechen, welche Farbe es ist. Starten wir einen Versuch? Ich kann es nicht, das ist ein Seitentuch, das rieche ich, was Seide ist. Meine Schwester zum Beispiel mag grosse Eide nicht, sie sagt, das stimmt. Diesen und ganz ähnlichen Dingen gehen wir auf der Grund in Sache Sprache, Sennieren, Fühlen und Riechen und uns als unendliche Regenbogen wahrzunehmen. In diesem Sinne, Tschüss und bis ganz bald!